Kommen wir jetzt, hier kommen wir gleich zu, dass ich normalerweise erstmal das hier aufziehe, so gut ist, so gut, dass man die Jahre in dir sieht, hier der Pfade, der blau ist, und hier, da, wenn man das Ganze bearbeitet hat, dann auch hier, Das hier, das war ein Snipshot, ist eigentlich das Mittelmeer, das war ein Schiff. Das heißt, ich nehme jetzt hier den Stift, darf ihn nicht mehr absetzen, muss aber nach dem Freien, weil die Hülle nach dem Köln, darf nicht nach dem Stift, kann man nicht mehr absetzen, wird nicht mehr absetzen. Auf der anderen Seite, erst im Nachhinein, auch das von mit dem Köln ist, ist ein bisschen tricky, weil es nicht in der Richtung größer ist, wenn es nicht mehr ist, wird nicht mehr abpassen. Einmal ein bisschen transparent machen. Amen. 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 Amen.